Hi, ich bin Matthias und hier sind ein paar Facts für dich. Wusstest du, dass Atlassian dieses Jahr 20 Jahre alt geworden ist? Verrückt, oder? Mittlerweile haben sie über 8.000 Mitarbeiter weltweit und über 200.000 Kunden, die ihre Tools benutzen. Die meisten Leute denken, dass Atlassian in den USA gegründet wurde. Aber wusstest du, dass die Firma eigentlich schon aus Australien kommt? Unter den 50 Partnerstandorten in Deutschland haben wir uns in den letzten Jahren an die Spitze der Liste gekämpft. Kennst du die 5 Grundwerte von Atlassian schon? Klingt ziemlich cool. Das sind Open Company, No Budget, Build with Heart and Balance, Don't Freak the Customer, Play as a Team and Be the Change you Seek. Kennt ihr Trello? Die gehören seit 2017 zu Atlassian. Wartet, wartet, wartet. Zwei Sachen noch. Wusstet ihr, dass wir der einzige Partner im Dach sind, der alle drei Spezialisierungen hat? Und wir sind Teil der Adaptivist Group und damit können wir euch als Kunden noch besseren Service bieten.